Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, er ist der Eindruck nach der Montage, fast sogar ein wenig heller als die aus GLE tauschten Halogenlampen, Fakt Temperatur nahezu identisch zu den Halogenlampen. Wenn die Letz jetzt noch die versprochenen 25.000 Stunden halten ist alles prima. Sind verbaut in ein Einbausit von Paulmann und passen perfekt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.